Erster Halbfidellauf, Trittboot WM 010. Unterwegs mit dem Filmbike in galakam.tv Erster Halbfidellauf, Trittboot WM 010. Unterwegs mit dem Filmbike in Galakam. Es ist natürlich jetzt hart, man muss sich zurecht werden, man muss genug Kraft für das Finale sparen, man muss aber auch genug Gas geben, um nicht gleich von Anfang an hinten bereit zu sein. Aber wenn man hinten bereit ist, dann wird es schwer wieder aufzuholen. So, wie hoch ist es vielleicht? Dann fahren wir. So, das Skript ist verhaftet, oder? Ja, das ist so, dass wir praktikamente zu reisen. Kannst du schon mit dem Freunden fahren fahren oder hinten? Ja, ich guck dich.